Das ist ein Lass, den pique ich jetzt mal. Achtung, Prefire. Ach, da ist ein Montagne. Ich hätte jetzt große Lust, das Miederfenster zu öffnen und C4 da einzudonnern. Oh, Jackal, haftet mich, ist ja süß. Dann machen wir ihn halt so. Ach, das war Montagne, ups. Die links oder rechts? Oh Mann, was ist denn das? Ich hab's doch letztlich gesehen. Hast du das gesehen? Ja. Herrlich, oder? Was ist falsch mit denen? Ah, wie geil, ey. Was lernst du daraus, Steffen? Alter, wie geil. Alter, ist doch halt der Bett. Da hat er zu viel gelacht. Egal, ich hab drei Leute gemacht. Wie alt eiskalt die ganze Zeit in der Glässe herläuft. Und jetzt ich check. Hast du das aufgenommen? Ja. Ja. Dann. Das war's.